Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoAlperin, 100 Demeter, 233, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity hier bei Sting und Core. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst euch kurz von mir in die vierte Dimension entführen. Ihr seht hier und ihr hört hier, aber stellt euch mal vor, wie es hier stinken muss. Versetzt euch mal in die Lage, in der sich Arno hier gerade befindet. Ich glaube, der ganze Boden muss voll mit einer jahrealten Kruste aus Urin und anderen Exkremitäten bestückt sein. Hier drin muss es nach altem Männerschweiß stinken, nach Dreck, nach Blut diesem Laken nachzuurteilen hier. Schau euch das an. Der da, der weiß schon lange nicht mehr, wo er ist. Das Essen, was da liegt, höchstwahrscheinlich halb verrottet. Das kann nicht normal sein. Was machst du hier eigentlich so? Ja, danke Jesus. Vielen Dank. Der da schläft. Was haben wir hier? Ist da irgendwas los? They are killing everyone. Ja, also, ähm, der nackte Typ schreit weiter und weiter und weiter. Okay, die Wachen gehen einfach weiter und ignorieren unser Anliegen. Auch nicht schlecht. Was sind das hier für komische Zeichnungen eigentlich? Irgendwelche Dreiecke, Pyramiden oder was? Ist das da ein kleines Äffchen? Das muss da ein kleines Äffchen sein. Berge. Das da ist auf den ersten Blick so Schmetterling und so ein Zeug. Und was machst du hier? Alles klar, der ist, äh, gut. Jeder hat hier so sein eigenes Süppchen zu kochen. Na klar wollen die nicht alle hier auf, äh, Social Chat mit uns. Nun gut, ähm, das waren auch schon alle Aktivitäten, denen wir hier nachgehen können in unserem Alltag im Gefängnis. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin. Ist schon scheiße, dass wir eigentlich unschuldig hier drin sind, ne? Warten wir immer noch auf die Wiederkehr unseres Vaters? Naja, erstmal schlafen. Bäh! Woher kommen wir das, Pisspot? Ich habe keine Lust für das. Geh es zurück! Geh es zurück. Wenn du denkst, kannst du. Nun ja, hier drin sind wir auf uns allein gestellt, wie wir sehen. Na dann, der weiß zum Glück nicht, dass wir gut mit dem Schwert sind. Also ist er jetzt auch dran. Achtung. Na komm, tu was. Na komm, du hast einen frei. Komm. Ah, nup. Au. Wow, jetzt hat es sogar mal kurz geduckelt. Warum auch immer? Es ruckelt schon wieder. Komm her, du. Na komm. Na komm. Haha. Ich würde ja sagen, schon kein Bock mehr, oder was? Haha. Bam. Ja, jetzt lernen wir hier perfektes Parieren. Das mache ich aber ohnehin die ganze Zeit schon. Nur wenn der quasi gelb blinkt. So, zack. Ist ein sehr großzügiges Zeitfenster, muss man schon sagen. Ja, da selbst wenn man sehr knapp ist, klappt das, ne? Na komm. Haha. Nope. Feierabend jetzt hier. Vor allem, wie wir das machen, dass wir den anderen gar nicht treffen haben, wo wir gerade mit unserem Holzschwert durch ihn durchgestochen haben, ne? Okay, konzentrier mich. Ich, uh, ich, uh, I know God granted you all the brains of a wet fart, but try to concentrate. Okay. Damn. What are they? Messages from the past. I had myself thrown into half the prisons in Paris in search of these. What's your name, boy? Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. Of course. Pia Berlick. Ich wusste deinen Vater. Bully für dich. Er hat sich in Versailles. In, was? 76? 77? December, als ich erinnere. No witnesses. Wie hast du... Ihr Vater war ein Assassiner, Arno. Er hat sich gebt, um ihn zu kämpfen, um alle Menschen zu kämpfen. You stick with me. Ich muss nur leben lang genug, um in der Bröderheit zu beherren. Ich erinnere deinen Vater's memory. Listen, ich bin sicher, dass dein kleiner Kult ist ein Drei-Full-Bunch. Aber ich bin nicht interessiert. Die einzige Sache, die ich interessiere, ist, finden Elise. Wie planst du das von hierher? Ja? Vielen Dank für den Holzstock, alter Mann. Zwei Monate später... Oh, sehr lange sind wir da drin. Unsere Klamotten stehen mittlerweile vor Dreck. Aber der übt mit uns. Jesus ist auch noch da. Ja, da draußen ist was los. Fokus, Pistboy. Was ist da los? Natürlich hat sich meine Katze entschlossen, dass sie jetzt... ...draus will. Weiter geht's. Versteckt betreten. Okay, da lockt die an. Pierre Belac. Wir gucken jetzt erstmal, wer das ist. Pierre Belac wurde irgendwann in 1740 in Neufrankreich geboren, trat zu Beginn des Siebenjährigen Krieges mit 16 Jahren den französischen Kolonialmilizen bei. Er verdiente sich einige Auszeichen, erhielt eine Belobigung für besondere Tapferkeit bei der Schlacht um Fort Bull. Trotzdem schied er aus dem aktiven Dienst aus und reiste nach Frankreich. Äh, so geht's runter. Wie das Leben so spielt, entging er damit knapp einer umfassenden Säuberung des kolonialen Arms der Bruderschaft durch die Templer. Okay, also war das wahrscheinlich kein Zufall, dass er sich verpisst hat. Der hat anscheinend gewusst, dass die Templer da säubern. Ist der Typ vielleicht selber ein Assassine? Weil er sagt ja auch, er kennt unseren Vater. Keine Sorge, sowas passiert heute nicht mehr. Also, kaum noch. Weißt du was? Schließ mal lieber deine Tür ab. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Offenbar ließ er sich in Paris nieder, wenn man nach den zahlreichen Vermerken über Festnahmen geht, in denen sein Name in den nächsten zwei Jahrzehnten Erwähnung fand. Er konnte 1989 der Bastille gewesen sein, auch wenn nie schlüssige Beweise aufgetaucht sind, in denen er namentlich als Gefangener genannt wurde. Ja, wir haben ja jetzt ihn hier gesehen. Er war also tatsächlich hier und anscheinend... Brechen wir mit ihm aus, Kinder. Okay. Sehr gut, Jesus. Lenk sie weiter ab, Jesus. Äh. Komm schon. Sollst du die Deckung verlassen. Okay, ein bisschen überkommen. Ah! Achso, ich hätte es gedrückt halten müssen. Dammit. Den hätte man natürlich so hinrichten können. Aber gut. Alle guten Dinge sind zwölf. Können wir die looten? Okay, wir gehen aus der Schau. Oh, hallo, da kommen schon welche. Gut, die sind weg. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, hier, du musst mir eine Richtung sagen, Digga. Du musst mir eine Richtung sagen. Da bist du da. Wahnsinn, warum ruckelt es denn heute so? Das war vorher nicht so. Guck mal. Hach, jetzt sehen sie nix mehr. Meistens haben wir auch Bombe geschmissen. Und so richten wir sie einfach zugrunde. Dammit. Erst die Kniescheibe durchstechen und dann... Oh, die können wir plündern sogar. Hallo? 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 Perfekte Paraden sollen wir machen. Jetzt machen wir erst mal ein paar Paraden. Huuu! Zack. 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 Jetzt zacken. Los geht's. Was tut's? Nein! Okay. Great. Funktioniert ja wunderbar hier. Junge, willst du mal fertig mit aufmachen? Na also. Und jetzt aber ab. Wir sind da. Huuu! Schneller! Äh. Oh Gott, was ist da unten? Oh mein Gott! Oh, was ist da unten los? Oh Gott! Komm schon! Digga, was machst du? Oh mein Gott, Arno, du bist so... Du bist so lebensmüde. Oh Gott! Okay. Das war ein bisschen hakelig. Alter, was ist da unten los? Schneller! Arno, man sieht uns noch! Reich aus! Wee! Oh, gerade so. Meine Fresse. Hier ist ja alles. Kann es etwas sein, dass die Revolution begonnen hat? Oh crap. Okay, machen wir auf das Ding. Hallöchen. Feuer, verdammt du! Stopp' mit dem! Stopp' mit dem! Oh Gott! Oh Gott! Rock'n dir Sehens! Ich werde deine Schmerzen jetzt! Okay. Wenn wir schon die ganzen Rauchpumpen haben, benutzen wir die auch. Zack! So! Er kommt noch mit Schusswaffen zu einem Schwertkampf. Meine Fresse! Okay, Digga, wir müssen weiter. Oder wohin ist die Frage? Okay, wir sollen ihm vertrauen. Alter, was? Okay, okay. Okay, sehr gut. Warum ruckelt es denn heute so und es ist alles voller Bugs? Unglaublich. Okay. What are you waiting for, Pissbot? It's time to jump. What? Prison scrambled your brains, old man. Drink took care of that a long time ago. Now get up here! I can't, that's impossible. Impossible? That's the purview of every assassin boy. Die Assassinen wollen mich ja so anhören. Wow, tatsächlich? Okay, das Spiel geht los, liebe Freunde, Virtualer Zeitverschwendung. Assassin's Creed Unity. I like. Warum es jetzt gerade so rumbugt? Ich meine, gut, es ist überall bekannt, aber bis jetzt hatte ich keine Probleme, aber das war jetzt echt ein bisschen ein ganzer Haufen von Bugs. Legt mich am Arsch. Ich bin Patch. Please? That's some welcome. One can't be too careful. But after what happened? Elise, I've... Haven't you done enough to repay my father's kindness? Elise, please. You can't believe I killed Monsieur de la Serre. Your father, he wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arno. And I know who yours was. I suppose it was inevitable. You an assassin. Me a Templar. You? Does that shock you? My father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge him. I swear to you, I had nothing to do with his death. But you did. No. No. By my life, I swear I didn't. Is that... A letter intended for my father the day he was murdered. Read it. Grandmaster de la Serre. I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. I beg you to be on your guard at the initiation tonight. Trust no one. Not even those you call friends. May the Father of Understanding guide you. Elle. I found that on the floor of my father's room. A no-pin. I didn't know. Neither did my father. How could I have known? Just go. Please. Das war also der Brief, den wir ausgeliefert haben. Wenn wir das gewusst hätten. Elise, glaubt uns nicht. Wir sind der Mörder ihres Vaters in ihren Augen. Ich glaub's einfach nicht. Bezirk Siette. Genau. Erstmal ihn heben. Auf den Schock. Okay. fins mal. đã. Okay. нем rhinos. boom. I'm here. One. không Liên Ο. Oh. Oh. Hm, was ist das denn Feines? Das hat uns ja der Belag gerade gegeben, ne? Lustig. What the devil is this supposed to mean? Das ist eine sehr gute Frage. Paris. Paris steht ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden und die nächste Einzelspieler-Mission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Nun gut, ähm... Sequenz 2, Erinnerung 1. Eingekerkert. Erinnerung abgeschlossen. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Das hier habe ich genau gesehen. Ha, 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 ha. Alles klar. Die Erstürmung der Bastille ist quasi... Ernsthaft? Die Erstürmung der Bastille ist quasi das gewesen, ähm... Was hier gerade... Ja, Elise de la Serre haben wir ja schon, oder? Die Templer versuchen einen ihrer Regimewechsel zu vertuschen. Hm. Okay, alles klar. Wir wissen also, dass Elise eine Templerin war. Schon immer. Sie wusste auch, dass ihr Vater einer war. Wir waren nur so dumm und wussten nicht, dass unser Vater wiederum ein Assassine war. Das, was gerade in der Bastille passiert ist, ist quasi die berühmte Erstürmung der Bastille gewesen. Wir hatten bloß andere Sorgen und wir sind ja Gott sei Dank lebend aus der Sache rausgekommen. Jetzt sollte uns bloß... Eins wichtig sein. Ich glaube, wir sollten Belag aufsuchen. Er hat uns angeboten, dass sie uns helfen werden, wenn wir ihn versuchen zu finden. Und darauf nageln wir ihn jetzt auch einfach mal fest, würde ich sagen. Das und viel mehr im nächsten Part von Assassin's Creed Unity, liebe Freunde mit toller Zeitverschwendung. Ich würde aber sagen, wir gehen nicht direkt zu ihm. Wir schauen einfach mal, was uns denn die Stadt so zu bieten hat, wenn es hier weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und, äh... Renn schon mal los. Renn schon mal los.